Das kann einfach nicht wahr sein, ey, wirklich. Ja, scheiße hier, nochmal laden. Das kann echt nicht wahr sein. Ich versteh nie, warum der mich ständig sieht. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, dann speichere ich hier nochmal. Ach ja, nee, okay, scheiße, ich mach es nochmal. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, er guckt da auch nochmal am Fenster lang. Komm schon, jung Machina. Jawohl, jetzt geht er da lang. Ein Dringling. Jetzt, ah, wieso bleibt der da? Warum geht der Pimmel nicht weiter? Echt? Ey, der ist sonst immer weitergegangen ins Nebenzimmer. Warum? Jawohl, natürlich. Ey, das ist er. Alter, da kriege ich in den Harten, aber wirklich, ey, das... Pff, das ist schon wieder grad so ein... Habe ich da nicht gerade was gesehen? Nein, hast du nicht. Ey, das kann nicht wahr sein, Alter. Das ist hier überall hell wie im... Nicht muss ich den Lichter kaputt schießen, aber dann hört er mich doch auch. Ich lade nochmal. Sie haben hier nichts verloren. Ach, jetzt hat er mich schon... Ich fasse es nicht. Ey, ich lade hier 20 Mal. Wirklich. So. Das ist eigentlich scheißegal, was ich hier mache oder wie ich mich bewege. Der Arsch sieht mich immer. Jawohl. Ey, was ist denn los, Mann? Ey, das geht doch gar nicht, ey. Ja, ich will, dass ihr sterbt, Alter. Wirklich. Das kann nicht wahr sein. Ich komme mir nicht vorbei. Okay, jetzt sieht er mich erstmal nicht. So. Jetzt bin ich hier erstmal in Sicherheit. Das ist schon mal gut. Speichern. Wie sagt es? Scheißegal, was ich mache mit der Waffe oder bla bla. Der sieht und hört mich immer. Die Lichter kaputt machen kann ich ohne. Mann, ey. Das kann ich wahr sein, echt. Speichern. Los doch, Mann. Der soll ins Nebenzimmer gehen. Das kann nicht wahr sein, ey. Glotz nicht so blöd. Geh dir ihn runterholen oder mach irgendwas. Bleib jetzt nicht stehen. Der bleibt wieder stehen. Ich werde bekloppt. Ey, der ist doch sonst immer ins Nebenzimmer gegangen. Das habe ich in den ganzen Testaufnahmen dutzende Male gesehen. Mädchen, das kann nicht wahr sein. Und ich speichere nochmal und ich komme nicht weiter, Alter. Ey, das kann nicht wahr sein. Moment mal. Was kann man denn? Der sieht mich wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich habe hier keine Freiheit. Ja, jetzt glotz erst mal wieder blöd. Ey, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht normal. Alter, ey. Ich baller dich zu Tode, Mann. Auch wenn du ein Zivilist bist, Alter. Du hast gerade einen Zivilisten ausgeschaltet, nicht wahr? Noch so ein Fehler und deine Mission wird abgeblasen. Ah, bin ich so leicht, meine Rache, Mann. Du fotzig, du. Gute Teig jetzt nicht gesagt, oder? Mann, aber das geht ja auch nicht hier. Ich kann ihn nicht erschießen, ey. Ich weiß nicht, wie ich vorbei soll. Okay, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Ah, wie ist das denn passiert? Okay, jetzt sieht er mich, aber... Das wird doch ohne Starr. Ich bin schon wieder im Licht. Der guckt jedes Mal hierher, Alter. Ich komme nicht vorbei. Ich habe mich selber eingekesselt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Er hat mich nicht gesehen, aber was soll ich denn machen? Die Tür hier kann ich ohne kaputt machen oder aufmachen. Nicht mal aufmachen, das ist schlimm. Ey, ich sag ja, der sieht mich immer, was soll ich denn machen? Wenn ich dort oben wäre, dann könnte ich ohne nirgendwo, äh... Das ist schlimm. So, äh... Ja, der hat mich hier sehen. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Nein, das bringt mich nicht. Hey, das ist... Oh, ich explodiere. Ich explodiere, ey. Ich will es nie weiter. Ich habe das Spiel fast gerade mal begonnen, wisst du? Und dann komme ich hier nicht weiter, weil dieser... Wurstverkäufer mich einfach nicht vorbeilassen will. Ich verstehe es nie, Alter. Das kann nicht wahr sein. Was? Und da hat sich was bewegt. Nein, was... Ach, da hängt er sich ran, oder was? Okay. Na trotzdem, der kommt ja nicht... Ach, das... Was bringt mir das jetzt? Der geht ja nicht mehr vorbei. Ja, jetzt, 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 äh... Komm, duck dich, ja. Okay. Vom... Der dürfte mich hier eigentlich nicht sehen. Nein. Komm schon, steig rauf, Mann. Sam, komm schon, Junge. Wie gesagt, von so weitern kann der mich eigentlich nicht sehen. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt ist keine Meldung da. Sehr gut. Oh, ja, ja, ja. Na, geht doch, Mann. Ist das eine Leistung, oder was? Boah. Meine gut, eh eine Wache musste ich erledigen. Das ist scheiße, ja, aber... Ach, ich wieso nicht, anders geht's nicht. Anders ginge es jetzt echt nicht. Mann, ey, aber wirklich, ich verstehe nicht. Irgendwie muss es da doch... Genau, hier bräuchte ich einen Türcode. Ähm... 5-9-2-9. Ach, trotzdem, irgendwie... ...muss es dafür doch einen vernünftigen Weg geben. Tür öffnen, genau. Wenn ich hier jetzt lang gehe, da sind nämlich... ...links und rechts Gefangene. Die labern mich zu. Die texten mich zu. Die Wache darf mich nicht sehen. Okay, oder die labern noch nicht. Ein Bewaffneter! Irgendeine Kommandoeinheit! Nein, wieso hat er mich hier sehen? Kann ich wahr sein? Ich stelle mich an wie so ein... Ich weiß es nicht. Nein, hier ist ein falsches Speicherpunkt. Ach, Leute. Das ist ein falsches Speicherpunkt. Ich weiß es nicht. Die Wache hat mich so etwas... Aber ich weiß es nicht.